Wie geht's mit? Das ist ein Kunstprojekt für heute. Das ist ein Kunstprojekt für heute. Und vorbereitet, umgeleitet, neu aufbereitet und eingeleitet. Wirf neue Band, neue Konstellationen, andere Dimensionen und Emotionen. Eine neue Qualität, möglich oder zu spät, ein neuer Lebensweg. Triff auf alte Gedanken, schranken ab und zu. Finde keine Ruhe, es rebellierte mir und ich lass es zu. Und es ist nie, wie es niemals war. In keinem Jahr bin ich da, wo ich nie mit mir war. Es ist nie, wie es niemals war. In keinem Jahr sind wir da, wo wir früher nie waren. Ein entschlossener Versuch, Leben zuzulassen. Dennoch schwer, alte Grenzen loszulassen. Mein Verstand kann nicht fassen, was passiert. Meine Intuition scheint überraschiert. Eine kleinste Wille, ein Gedankenkonstrukt macht mich verrückt. Treib mich an und dann eine Reaktion. Ein Egoismus wird zum Ultima Chief, Masochismus. Und es ist nie, wie es niemals war. Es ist nie, wie es niemals war. In keinem Jahr sind wir da, wo wir früher nie waren. Und vorbereitet, umgeleitet, ein definierter Wunsch. Eine Zeit auf der Öffnung, Freiheit, die entsteht. Neue Verbindungsfreundschaft, die bewegt. Geht in eine Richtung, eine neue Qualität. Es ist nie zu spät. Wir haben uns verführt und sind tief berührt. Wir erreichen Stationen, verändern Systeme. Wir checkieren und lösen akute Probleme. Es ist jetzt, wie es niemals war. In diesem Jahr bin ich da, wo ich nie mit mir war. Es ist jetzt, wie es niemals war. In diesem Jahr sind wir da, wo wir früher nie war. In diesem Jahr sind wir da, wo wir früher nie waren. In diesem Jahr sind wir die